YOLO, ich bin der Six und heute spielen wir auf einer Scheiß-Map-Aquarium. Was geht? Ich hab schon seit längerer Zeit, sagen wir es so einfach mal, seit längerer Zeit nicht mehr gespielt. Sagen wir es so, heute ist Donnerstag und vor einer Woche genau ist mein Internet ausgefallen. Gestern, oder ne, vorgestern kam dann Technika vorbei und es ist auch schon fast zu Ende. Es juckt mich einmal nicht. Deshalb bin ich eingespielt wie ein Esel beim Kacken, also gar nicht. Und gehe erstmal mit VMP auf Range. Das ist, gut, das ist eigentlich fast gar keine Range gewesen gerade, aber ganz ehrlich. Oh, fuck. Äh, ja, ich bin überhaupt nicht eingespielt und, oh, Junge. Muss hier mein Bestes natürlich wieder geben. Wie sonst auch, oder was? Was passiert hier? Ja, ähm, ich hab überhaupt gar keinen Black Ops 3 gespielt. Wow, oder, ja, irgendwelche andere Shooter. Hey, komm. Und, ja, ich muss erstmal hier reinkommen, Alter, das ist doch, Alter, die Maus, ne, boah. Boah, so ungewohnt, wenn man nicht zockt, ne Woche lang für, für mich. Alter, Dropshot. Funktioniert auch noch im Black Ops 3. Also, erwartet ihr nicht so viel. Ich glaube, das sieht man auch, dass ich überhaupt gerade gar nicht eingespielt bin. Hat es kurz geleckt. Ich mag die Map auch überhaupt nicht, aber das ist natürlich, keine Ausrede, ja. Gut, freeside kurz. Da, äh, sogar in der Killcam bin ich hängen geblieben. Hallo? Äh. Hä? Warum bewegt er sich nicht? Was war das? Hä? Warum schießt er nicht? Hä? Was ist da los? Lol. Äh. What the fuck? Lol. Hä? Leute, hä? Was ist... Hä? Sorry. Was war das gerade? Ach, scheiß drauf. 5 zu 3, Mann. Ich lade es einfach hoch. Oh mein Gott, so schlecht. Aber egal. Eigentlich ist es nur die Info, dass ich jetzt wieder back to Internet bin, quasi. Und... Alter. Und quasi jetzt wieder Videos kommen. Wow. Mit dem Reiniger mal durchniggern. Äh, reinigen. So. Ich hab ja Totenstille. Wow. Äh. Hui. Na gucken, wo hier Gegner sind. Es werden in nächster Zeit auf jeden Fall wieder Videos kommen. Gerade ist nur ein bisschen, ne? Arbeiten und so ein Scheiß. Ihr kennt's. Sicherlich. Von der Schule. Selbst. Höh. Die steht natürlich dann immer im Vordergrund. Und, ähm. Ja. Hä. Aber in nächster Zeit kommen trotzdem... Boah, ein paar Videos wieder. Also COD-Videos. Ach du Kacke. Ja, mein Aim... Oh, ist doch nicht ganz am Start. Aber es kommt, es kommt grad, es kommt grad. Äh. Ha. What the hell? Lol, das hat grad vielleicht übersteuert. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab nämlich kein Mikrofontest gemacht. Na gut, 13.4. Das kann man ja doch noch stehen lassen. Ich dachte grad, ich muss absolut nochmal neu aufnehmen. Aber das ist gar nicht nötig. 3RKD, äh. Lass ich einfach so stehen. Das ist, äh. Nicht so schlimm. So. Die haben Konter. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das, äh. Ultra-Head-Litch. Alter. Ja, ist, äh, ja. Ich, äh, glaub, ich muss dazu nichts mehr sagen. Hä, lol. Ah. Fick dich. Ja, wuhu. Fuck it. Oh. Ach, shit. Naja, gut. Egal. Auf jeden Fall wollte ich euch nur das mitteilen, dass ich eben wieder back am Start bin. Und ja. Ich bedanke mich übrigens für die Views auf mein Study Valley Videos. Haben doch einige gesehen. Ich sitze nochmal, weil es ein Guide ist auf Steam. Wer es nicht weiß. Mein Steam ist ja auch unten in der Videobeschreibung, äh, in jedem Video verlinkt. Und da habe ich einen Guide für Star die Wende eben gemacht und, äh, mein Video verlinkt. Und deshalb haben sich das auch sicherlich ein paar Leute angeguckt. Äh, 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 pfff. Egal. Ja. Und dafür danke. Ihr seht, ich bin, äh, Level 40 auf Prestige 9. Wirklich. Nächster Zeit spiele ich wieder ein bisschen. Kommen normale Videos. Und ich spiele auch weiterhin noch Waffen of Gold und so weiter. Aber ich würde sagen, das war's erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Äh, guckt bitte nicht so auf den Store. Ich weiß, es ist jetzt hier kein Hammer Gameplay. Aber ich werde versuchen mal, ja, ein paar Streaks zu erschweren, glaube ich, mal nächstes Mal. Und dann, ähm, sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.